Dies ist eine Lichtdusche-Meditation, die dir neue Kraft und Energie schenken soll. Bitte sorge dafür, dass du in den nächsten Minuten nicht gestört wirst. Lege oder setze dich bequem hin und komme zur Ruhe. Schließe deine Augen und atme nun dreimal tief in den Bauch ein und wieder aus. Konzentriere dich nur aufs Ein- und Ausatmen. Ruhe. Gelassenheit. Einatmen. Ausatmen. Genieße die Ruhe. Genieße die Stille. Sollten Gedanken kommen, dann lasse sie wie Wolken vorbeiziehen. Halte nicht an ihnen fest. Es gibt jetzt kein richtig oder falsch mehr. Lasse deinen Atem nun wieder ganz normal fließen. Und bei jedem Einatmen stellst du dir nun vor, dass du goldenes Licht einatmest. helles, goldenes Licht, das in deine Lunge strömt und in deinen Bauchraum. Mit jedem Einatmen nimmst du das goldene Licht in dich auf und es sammelt sich in deinem Bauchraum. Und in deinem Bauch entsteht eine kleine goldene Sonne. Atme das klare goldene Licht ein und lass in deinem Bauch eine goldene Sonne entstehen. Und bald breitet sich das goldene Licht in deinem ganzen Körper aus. Es strahlt von deinem Bauch in deinen unteren Rücken und in deinen oberen Rücken. Es strahlt in deine Brust. Das goldene Licht strahlt nun auch in deine Oberarme und in deine Unterarme und in deine Brust. Das goldene Licht flutet auch deinen Nacken und dein ganzes Gesicht bis zu deiner Kopfhaut. Dein ganzer oberer Körper ist durchflutet von hellem, goldenem Licht. Und die Sonne strahlt nun auch in deinen Po und in dein Becken. Und das goldene Licht flutet nun auch deine Oberschenkel und deine Unterschenkel und fließt bis in deine Füße. Du bist nun von Kopf bis Fuß durchflutet von goldenem Licht. Und dieses Licht ist so mächtig und so stark, dass es auch den Raum um dich herum durchflutet. Stell dir vor, wie du in dieser goldenen Kugel sitzt oder liegst. Sie umhüllt dich. Sie umhüllt dich. Sie beschützt dich. Sie stärkt dich. Genieße dieses Gefühl. Dieses Gefühl, beschützt zu sein. Stärke zu erfahren. Und bedanke dich bei dir selbst, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dir und deinem Körper etwas Gutes getan hast. Und dann komm langsam zurück in den Raum, in dem du dich befindest. Atme dazu noch einmal ganz tief in deinen Bauch ein. Und lang wieder aus. Bewege deine Füße und deine Hände. Strecke dich, wenn du magst. Und dann öffne ganz langsam blinzeln deine Augen und genieße noch einen Moment das Gefühl der Entspannung.